Es gibt nur zwei Geschlechter. Gibt es nur. Und jeder Einzelne da draußen, jeder Transmensch, jeder They, Them, Sis, Fuchs, Kettensägen, Massaker, Schnürsenkelträger, jeder einzelne Mensch auf dieser Welt wurde von einer Frau geboren. Von einer Frau und nicht von einem Mann oder irgendetwas anderen. Und diese ganze Bewegung ist verfickte Scheiße, eine Backpfeife. Gegenüber all den Frauen, die neun Monate lang schwanger waren, die Kinder zur Welt gebracht haben, die ihren Körper geopfert haben für dieses Geschenk, Kinder in die Welt zu setzen. Und da habe ich keinen Bock drauf, dass irgendwelche kaputten Freaks das mit Füßen treten. Sowohl die Schwulen mit Füßen treten, die Lesben mit Füßen treten, die Transmenschen mit Füßen treten, die wirklich sich damit lange Zeit auseinandergesetzt haben, eine Entscheidung für sich getroffen haben, die völlig okay ist, völlig legitim ist. Ich habe die Schnauze gestrichen voll, Digga. Es ist einfach nur noch krank, es ist pervers. Und vor allem, es wird immer von derer Seite Toleranz, Akzeptanz gepredigt, sondergleichen. Diese Menschen sind die intolerantesten Kandidaten, die wir derzeit in unserer Gesellschaft vorfinden.